Heute ist das Recon-Netzwerk Bochum bei unserem Mitglied Battle Kart. Wir haben ein tolles Event, wir sind Kart gefahren. Ich fand das Event richtig cool, es hat total Spaß gemacht. Für mich war es auch das erste Mal hier bei Battle Kart. Es ist mega, wir durften alle Spiele einmal probieren. Die Atmosphäre ist mega, das Essen war super. Ich kannte das bisher vorher nicht, das Battle Kart und mit der Atmosphäre hier hat es einfach riesen Spaß gemacht. Es ist einfach witzig, es ist echt wirklich witzig da mitzufahren. Das Recon-Netzwerk ist ein sympathisches Netzwerk, alle auf Augenhöhe, man trifft also wirklich nette und freundliche Leute. Das dann auch noch mit coolen Events zu verknüpfen. Es ist total familiär, man hat Spaß, man quatscht tatsächlich über Gott und die Welt, es ist nicht alles nur Business. Gespräche führen, Kontakte knüpfen und eine Menge Spaß haben, dass das A und O irgendwie konnetzt werden.